Kann jemand mal den Helikopter von meinem Kopf nehmen? Ich komm hier nicht raus. Warte, was? Hä, der Helikopter ist doch hier. Ja, Kallen, du willst hier mal starten, ich komm hier sonst nicht raus. Sehr gut. Toll, ich steck fest. Aua. Ich steck im Boden fest. Oh nein. Ist schon wieder jemand rot? Kodaru, Kodaru. Go, go, Kodaru. Ist jemand gestorben? Nein, aber kann der Traitor mich bitte töten? Ich steck hier beim Helikopterlandeplatz im Boden. Wie kann das denn? Nee, warte mal, geht da nicht hin. Das kann explodieren. Vorsicht, das ist gefährlich. Oh, kann ich den Fernseher... Ist das explodiert? Wie du erst siehst? Nee, Streunerwanderer ist mit dem... Oh, 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 oh. Mel lacht ihn einfach aus. Schuss. Du kommst jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja, Jahema, danke, Mann. Oha, Jahema ist einfach der Zauberer. Jahema, Ehrenmann, Junge. Der Zauberer von Oz, sag ich dir. Also, Twitch scheint sich wohl wieder langsam zu fangen. Mel aimt Dinge ab. Nee, ich stehe hier einfach nicht. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Streuner ist geflogen. Ja, aber der hat tatsächlich auch Daru am Leben gelassen vorhin, ne? Ja. Ja, aber das wäre natürlich ausgelacht. Aber guck mal, oh, da ist jemand gestorben, jemand gestorben, jemand gestorben. Daru ist nämlich abgeschossen worden. Abgeschossen worden, bist du sicher? Ja. Mel ist safe, die ist gerade im Traitor-Shop und guckt die Wand an. Mel ist safe, Mel guckt gerade im Traitor-Shop. Was hast du dann gemacht, Mel? Ich kann es auch nicht gewesen sein. Ich habe ganz kurz was im Chat geschrieben. Keine Angst, ich bin safe. Das glaube ich dir, das glaube ich dir auch. Das glaube ich dir. Mel sagt, keine Angst, bitte. Ja, stand ich auch. Aber dann wäre er doch auch gestorben, oder nicht? Und er wurde abgeschossen. Er wurde hier rausgeschossen. Woraus? Aus Meli oder was? Hina? Ja. Rashi ist tot. Ach was? Den hast du gerade erschossen. Hina war die Einzige, die nicht hier war. Hina war die Einzige, die komisch weggegangen. Ich bin gerade in den Raum gegangen. Hina war die Einzige. Ich habe... Ich habe... Kaiser kann es nicht sein. Ich stand die ganze Zeit dann bei ihm. Ja, warte mal. Akmaler, Akmaler. Ja, genau. Ihr könnt nicht geschossen haben. Und Mel hat auch nicht geschossen. Ich habe... Nee. Ich bin hier. Ja, jetzt bist du hier, Hina. Aber als der Schuss gefallen ist, da war ich noch draußen. Dann bin ich in den Raum gegangen, um zu gucken, ob da vielleicht jemand snipet. Wer bist du denn da? Aber weißt du, was nicht für dich spricht, Hina? Das Ding ist, Streuner hat es gecallt und wir haben alle sofort gesagt, wo wir sind. Hina hat gar nichts gesagt. Ja, dann erschieß mich doch. Wenn du das nochmal sagst, erschieße ich wirklich. Boah, mir total. Bist du dir sicher? Hina? Ich sag's nicht nochmal. Also das Ding ist, das ist halt schon ein bisschen sass. Mel hat sofort gesagt, dass sie hier steht, gerade was geschrieben hat. Ich habe gesagt, dass ich über Mel bin, kann es nicht sein. Kaiser, das bestätigt. Akmaler hat auch sofort gesagt, Kaiser kann nicht geschossen haben. Hina hat gar nichts gesagt. Wer schießt? Oh, China kommt hier raus? Boah, man, ich komme hier raus. Nein, sie hat aber erst eine halbe Stunde später gesagt. dass Flashy tot ist, oder nicht? Nee. Ach, warte mal, wer ist denn da? Ach, stimmt, es war ja Dao, der da gestorben ist. Ja, Flashy ist in seinem Raum tot. Ja, aber trotzdem bist du nicht darauf eingegangen, dass Streuner gerade gestorben ist. Äh, dass Dao gestorben ist. Hina hat auf Mel geschossen! Wer war das, Hina? Hä? Ich bin doch ganz... Ich bin doch ganz... Durch Fenster! Okay, nein, nein, nein. Das ist Kaiser. Er lügt, er lügt, er lügt, er lügt, er lügt. Warte, 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 warte. Vielleicht hat er wirklich die Pistole. Ich bin mir nicht sicher. Was schießt du denn jetzt auf mich? Kaiser schießt auf mich! Ja, natürlich! Ey, jetzt schießt er auf mich! Kaiser und Akmala! Kaiser und Akmala! Oh, die haben... Oh mein Gott! Ja, was? Oh mein Gott! Was ist das denn hier? Was ist hier los? Wo bin ich? Ah, Kaiser! Hä? Schuss! Oh nein! Was zum Teuf? Mann, du musst dich nicht denn treffen! Ich hab so 27 Mal in deinen Kopf geschotten! Mir? Es passt halt auch keiner auf! Niemand, Alter! Hä? Sag, das stimmt doch gar nicht! Was für... Was für... Wie kann Kaiser damit davon kommen? Was hätten wir denn singen sollen? Ich bin als Dete am Anfang mit Kaiser im Raum, Alter! Er knallt mich einfach ab und es interessiert niemanden! Ja, wieso man denn... Denkst du, wir können überall jeden sehen, der in jedem Raum ist, oder was? Was ist das für eine Logik, Alter? Mann, ich sag's sogar noch, ich bin mit Kaiser hier... Wie soll man das denn merken, wenn alle durcheinander reden, Fläschi? Ich sag auch noch, Kaiser verkauft mich diesmal nicht wieder für den Markt! Hä? 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 Wir können halt einfach nicht alles sehen, Mann! Tun wir mal so schnell! Aber ich schwöre, ne? Ich beschütz dich jetzt mit mein Leben! Ich habe dir 25 Mal gerade in deinen dummen Körper reingeschossen! Und er fällt nicht um, er lacht sich noch kaputt und sagt... Ehe? Hä? 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 Ich war vor mir in die Wand. Scheiße, Alter. Also wär die Wand nicht da gewesen, wär ich wahrscheinlich down gewesen. Sorry, Alter, das hätten wir natürlich mitbekommen müssen. Aber hast du gemacht, was du gesagt hast? Ja, es muss halt einfach ein bisschen deutlicher werden hier. Haltet doch mal die Schrauzi hier. Ja, dann bin ich, guck mal, dann setzen wir uns mal durch jetzt. Bitte. Fokus auf das ganz Wichtige. Eigentlich wollte ich auf Curry schießen. Das wär schon hart gewesen. Das wär gut gewesen, weil alle anderen hätten Hina einfach erschossen. Mel? Ich war kurz davor auf Hina zu schießen, aber dann hab ich doch... Warte mal. Nein, ähm... Such eine Waffe. Ja, okay. Hina kann froh sein, dass sie nicht da in dem Badezimmer stand. Dann hätte ich die weggeknallt, glaub ich. Den Helikopterkrieg! Ey, mein Helikopterkrieg! Hey, mein Helikopterkrieg! Nein, das war schlau. Weil ich bin einfach gedacht so, okay, das war so'n großes Teil, der hat nicht überlebt. Was? Das war so'n großes Teil, der hat nicht überlebt. Das hab ich mir grad auch gedacht, also... Diese wilden Bettgeschichten wieder hier. Ah, Turbo! Von wegen Agmala hat Kekse! Der Turbo-Dreher, Junge! Oh, ja! Ja, ja! Oh, die Mini-Malas wären doch noch weird! Oh! Nein! Puh, das war knapp. Hast du ein Ticket? Äh... Scheiße. Ich geh raus! Oh! Oh, das hat kein Ticket und fliegt mit dem Helikopter? Raus da! Sofort! Oha! Oh! Leute, ich hab's gemerkt, aber was soll ich machen? Wir haben halt einfach weiter gespielt, ne? Twitch ist halt Twitch. Ihr wisst das doch! Herzlich willkommen zurück, ey! Chat, schreib mal Fotos in Chat, wenn ihr wieder da seid! Warte mal! Wo geht's hier hinten eigentlich lang? China? Ja! Ich lebe noch, Flashy, alles gut! Okay, du klingst so nett und crazy. Ich lebe noch. Okay, 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 okay. Was macht ihr? Ich lebe noch, Flashy! Okay, alles ist gut. Ja! Ja, ja! Aber da ruhig ist es ein bisschen scheiße, dass du Streuner ohne Ticket reingelassen hast, ne? Äh, nee! Er ist einfach reingesprungen! Er steigt jetzt raus! Okay, okay! Man, jeder hat mich gleich jetzt vor! Er fliegt sich! Kaiser als erstes! Wieso denn mich? Explosion! Explosion! Ey! Ich hab ein Brett vom Kopf gekriegt! Leben alle noch? Streuner! Da! Ja! Hier ist ne Leiche! Wo? Wo ist hier? Ja, hallo, hallo! Ja, wo bist du denn, Mel? Beschreiben, beschreiben! Wir wissen das nicht! Äh, 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 äh! Ja! Ihr seht mich doch alle mal! Das bin ich! Ja! Wo ist jetzt ne Leiche? Identifizieren wird kritisch! Geht mal auf Distanz! Mel, du darfst identifizieren! Mel, identifizieren! Mel, identifizieren! Äh, darf ich mal kurz reinfragen, sind die Streams bei euch auch abgekackt? Ja, da hat doch Twitch gerade gerade! Äh, nein! Äh, nein! Mein Stream ist tatsächlich weg, obwohl ich noch sende! Also die Server sind halt komplett teilweise down! Jaja, die kommen gleich wieder! Die können sowieso nichts machen! Sie wurde ja auch ziemlich leise erschossen, ne? Ich hab gerade nämlich, äh, ich lief hinter Mel und Mel hat eben gerade die Waffe gewechselt mit der schallgedämpften Pistole, wo auch fünf Schuss raus sind! Ich hab doch ewig gebraucht, um eine Links zu finden! Darf ich? Streuna hat was Wichtiges zu sagen! Streuna hat was Wichtiges zu sagen! Ja, ja, ja! Also Mel, Mel war mit Tina zusammen hier! Ja! Ich habe Mel weglaufen sehen! Mel hat ne Waffe weggeschmissen, ne neue Waffe genommen! Ich habe ihre alte Waffe aufgehoben, da fehlen Schüsse und das ist ne schallgedämpfte Pistole! Oh, das ist deine Waffe! Das stimmt aber gar nicht! Ich hab doch eben noch gesagt, ich hab eine Waffe gesucht! Ja, ich hab's ihnen halt! Alter! Oh, Kaiser! Alter! Oh, sie ist sauer! Sie ist sauer! Sie hat nichts gemacht! Sie lebt bestimmt alles! Flashy! Es könnte auch Streuners Waffe selber sein! Nein! Ich war mit Daru im Hubschrauber, der hat gesehen, dass ich keine Schallgedämpfte dabei habe! Ist auch ein Punkt! Reuna, gib mir mal die Waffe von Mel! Äh! Wo bist du jetzt? Hier! Hier! Wer ist denn unser Delta? Reuna kann den doch gar nicht so schnell erschossen haben! Wir sind aus dem Hubschrauber ausgestiegen! Mal heilen! Ich hab sie angeschossen! Sie hat nichts gemacht! Ich glaube nicht, dass sie es ist! Achso, Kaiser möchte, dass Mel geheilt wird! Interessant! Mel ist bei mir hier oben! Die stand hier! Obwohl sie gerade sehr erdrückende Beweise gegen sich hat! Das ist auch wieder strange Kaiser! Nein! Ich habe auf Mel ein bisschen geschossen! Sie hat nichts gemacht! Sie ist in dem Traitor House! Sie wird vergiftet! Sie ist im Traitor House! Sie ist im Traitor House! Sie ist sogar von der Waffe getötet worden! Das kannst du doch sogar sehen! Aber, aber, aber! Stopp! Die ist gerade in dem Traitor House! Wo Kaiser gerade reingeht! Sie ist vergiftet! Geht da nicht rein! Sie ist gestorben! Also, sie hat selber aktiviert! Aber was müssen wir da nicht aussehen! Nicht da rein! Nicht da rein! Ist noch giftig! Dann wird noch ausgeräuschert, die Hütte! Irgendwer muss aktiviert haben! Curry, was hast du eben gemacht die ganze Zeit? Ich saß die ganze Zeit in dem Busch! Hab hier zugeschaut! Die ganze Zeit! Ich hab die ganze Zeit zugeschaut! Und hast du das aktiviert, nachdem du gesehen hast, dass sie reingegangen hat? Lass einfach die Zeit ablaufen, Flashy! Ich muss ja, ich muss ja aktiv werden! Oh Gott! Ich wollte gerade auf mein eigenes Spiegelbild schießen! Wer lebt doch! Kaiser, Kaiser bewegt sich nicht mehr! Doch! Ich hab wegen Twitch geguckt! Ja, was willst du gucken? Wir sind bei uns alle tot! Ich wollte einen neuen Server gerade mal auslisten! Warte mal, Kaiser! Mitkommen! Kaiser mitkommen! Wir müssen immer noch die Leiche bestätigen vom Mail, ne? Kann man da jetzt rein? Flashy, wir müssen immer noch die Leiche bestätigen vom Mail! Ne! Da kann man nicht rein! Ich bin tot fast! Neuer Server geht! Bin wieder da! Ja, alles gut! Dankeschön! 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 Nicht auf mich ziehen! Dankeschön! Achso! Dankeschön! Streuner ist die ganze Zeit wach, Turm! Wir müssen... Daru war bei... bei Mail in der Hütte und ist wieder rausgekommen! Wir müssen Mail trotzdem noch confirm! Kann man da jetzt rein oder was? Ich war nicht bei Mail in der Hütte! Ich bin reingegangen... Du warst bei der Hütte! Ne! Ich bin nach Kaiser! Ich bin nach Kaiser rausgegangen! Ich bin nach Kaiser rausgegangen! Ich hab sie im Traitor und alles gestimmt, was ich gesagt hab! Dann muss... Ja, dann ist... Streuner ist safe! Aber... Hat sich das dann selbst umgebracht? Muss ja! Aber Akmala ist auch tot! Gehe ich von aus! Ja, Akmala war da auch drin! Sie hat aber rumgequietscht und gesagt... Und wir halten fest, dass Kaiser immer noch... Egal wie die Beweislage war... Wollte, dass Mail geheilt wird! Akmala ist hier oben! Weil er auch... Weil er sie fast tot geschossen hat! Achso! Ja gut, das kann auch sein! Das kann halt wirklich... Ah! Ha! Also ich glaube nicht, dass Streuner gerade Mail verkauft hat! Das kann... Weiß ich nicht! Das kann ich mir nicht vorstellen! Wenn dann wäre es sehr krass! Das war schon... Das war schon sehr detective-lastig! Dann wäre es sehr krass! Wo ist Damo? Damo? Ich bin hier oben bei Akmala im Haus! Bei Akmala? Wo ist denn Akmala? Akmala ist eine Etage über Mail! Und Akmala lebt noch? Regi? Nee, nicht tot! Bist du eigentlich mittlerweile geschieden? Mit wem? Mit... Hey, wir konnten doch nie heiraten, weil du uns immer erschossen hast! Junge, ich wollte den Antrag machen, da hast du mich erschossen! Mein Trust Level ist so ein bisschen gesinkt! Geil! Wer war das? Wer war das? Da ist es! Daro, Junge! Daro! Darooo! Er wollte nämlich Mail wiederbeleben, die Drecksau! Nee! Das ist nämlich die Übel! Ich hab mich nicht selber gekillt! Hä, hat Daro doch einfach antiviert?! Mit die Übel ist die Übel! Lol, Daro, bester Tee, Alter! Das ist ja auch gelacht! Da konnte ich nix mehr! Da musste ich halt einfach Piu-Piu machen! Hä, was ist denn jetzt los?! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was? Was war das? Hä, ist das Zufall? Warte mal, ist das ein Zufall, dass wir gerade genau an dem Punkt alle auseinander explodiert sind? Ich weiß ja nicht, ne? Nachdem die gebumst haben, also weiß ich jetzt nicht. Boah, Junge! Wir sind da wunderbar sehr produktiv gehandelt. Hätte das jemand umgefallen. Hä? Wer ist umgefallen? Ich hab hundertmal... Wieso bin ich jetzt einfach... Wieso bin ich jetzt einfach gestorben? Ich glaub du wurdest noch gebumst aus der Vergangenheit! Daro hatte ich sie's losen! Doch! Das kann doch sein! Du sponst doch jetzt neu, beruhig dich doch! Ja, ja! Du sponst doch jetzt wieder! Ich hab hundertmal diesen Gulli-Deckel aufgemacht und keiner hat's gesehen! Ne, das hab ich wirklich nicht gesehen! Ich hab die ganze Zeit auf die Leute geguckt irgendwie! Aber das war schon Detective hier, wa? Ja, das war schön! Streuna, ganz wichtige Callouts gemacht! Sehr geil! Sehr geil! Also Curry... Ja bitte! Du weißt noch den einen Bug, wo du den Struggle noch ne Runde weiter hattest, ne? Ja! Ich hab den wieder! Will den jemand haben? Ja! Dann gib mir den mal! Ich bin Detective, Junge! Dann bummen sich gleich die Trader weg! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Werf mal in die Mitte! Hier, ich komm zu dir! Gib her! Gib her! Ich! Ich war Lumia Neustart! Hier, dieses... Danke, danke, danke! Danke, Daro für die... Ich hab auch noch einen Defi! Willst du den auch? Es tut mir leid! Du hast es sehr, sehr gut gemacht! Das war ja alles genau richtig! Willst du meinen Defi auch? Ja, gib her! Gib alles her, was du willst! Hättest du damit fast den Verdacht auf mich, weil ich immer die Waffe spiele! Wir haben noch irgendwie eine Rechnung gelaufen, ne? Danke, 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 danke! Wieso? Also, weil du Mena will mich töten, hat sie gerade gesagt! Ich hab nicht gesagt, dass ich die töten will! Hallo? Ja, mach das fast bitte kaputt! Oh! Ich wollte es halt nicht auf mich... Ich wollte es halt nicht auf mich haben! Ja, ich bin da! Ich bin da! Ja, ich sag's doch nur! Hallo! Guten Tag! Geht's ihm? Ja, das ist... Ich hab ein bisschen Angst! Kaiser, leben Sie noch oder was ist da los? Bitte? Kaiser steht da oben am Grill! Aha, okay. Mit einer Bockwurst... Mit Venn! Nur auf den Fas geschossen und alles gut! Mit Venf! Die hast du schon in der ersten Runde gekriegt... War das nicht die Kayse von Agdmanter? Oh Gott, hab ich mich verjagt! Verjagt! Oh, Kaiser ist, glaub ich, 10 Kilometer weggeflogen. Daro, geht's dir gut? Nein, ich wollte mit meinem Fass hier durchs Fenster und irgendwer hat draufgeschossen. Kann es vielleicht auch einfach sein, dass du gegen das Fenster zu derjenige geflogen bist? Ganz kurz, Kaiser ist tot, ja? Ja, und ich hab nur noch 12 HP. Wo ist er denn? Du kannst Kaiser wiederbeleben! Hast du einen Schuss gehört, Daro? Ich hab einen Schuss gehört, ja. Das heißt, jemand auf das Fass geschossen? Ja. Kaiser ist innocent, du kannst ihn wiederbeleben. Das geht nicht. Was hast du gesagt, Mel? Ob der Stream offline ist, weil das von mir gerade... Ich kann jetzt aber gar nichts machen, weil ich hier gerade spiele. Also der Stream ist offline, weil gerade die Server am Arsch sind und deswegen muss ich jetzt wechseln. Ich bin gerade tot, ich sag's aber nochmal, wenn ihr einen neuen Twitch-Server auswählt oder kurz neu connectet... Ja, mach ich jetzt aber nicht. Na gut. Ich spiele die Runde zu Ende jetzt. Lass mal los. Curry? Ja, ja, lass mal los, ich hab Ina hier. Aber dann erschießt der in der Mitte, Mann. Ja, warte doch. Lass... Ich bin noch Detective, Junge. Wo ist der Flasik? Auch tot? Nee, ich lebe noch. Okay. Ausnahmsweise. Ich hab irgendjemand was beobachtet, gar nichts. Gina, warum bist du fast tot? Weil ich mich angekugelt hab. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Und Mel, warum bist du fast tot? Ich lebe mich! Äh, wegen diesen Stripe-Dings. Kaiser, komm her! Ich möchte bitte, was... Oh, krieg ich das Snoo-Snow-Ding? Hä, Loll, ich hab mir gar nichts gekauft. Warum kann ich mir manche Sachen nicht kaufen? Was ist das denn Quatsch? Weil dein Dings belegt ist durch die Traitor-Sachen. Ach, Loll, das macht Sinn. Ja, gib mir die Snoo-Snow. Ne, 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 ne. Wenn hier jemand bumst, dann bin ich das. Oh Gott, Tina, hast du mich gerade erschrocken. Alter Schwede. Warum bist du denn so? Ja. Was ist mit dir passiert, Mel? Nimm. Na, weil ich... Oh, 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 oh. Hier mit E. Ach so. Ja, ich hab mich selbst angekugelt. Hab sie, ja. Okay, sehr gut. Ach so. Denk dran, bevor du mit jemandem in das Bett steigst. Lern ihn besser kennen, okay? Okay. Rar. Ich gucke auf den Boden, okay? Nee. Bisher irgendwelche Beobachtungen? Ja, nein, vielleicht? Negativ. Außer, dass ich fast alle selber umgebracht habe, ist mir nichts aufgefallen. Hallo? Nee. Jemand hat auf mein Fass geschossen. Ich bleib dabei. Irgendjemand hat aufs Fass geschossen. Du warst bei Kaiser direkt in der Nähe und Taro, ist das richtig? Ja, ich wollte mit meinem Fass gerade durchs Fenster und irgendwer hat dann drauf geschossen. Irgendwer hat drauf geschossen? Irgendwer. Warst du das, Kaiser? Aber warum bist du nicht stört? Nein. Weil der das Fass hält nicht stört. Kaiser, wenn du drauf geschossen hast, dann sag es bitte jetzt. Nein, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Hina! 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 Nein, nein, nein. Wir haben keine Zeit. Wir haben noch einen Traitor. Wir haben noch einen Traitor. Das ist zu gefährlich, Kaiser. Ich wollte die ganze Zeit... Jetzt... Nein! Was machst du denn? Hina ist doch schon tot! Iiii! Necro, wie sagt... Wie sind man das? Wie heißt das? Necrophilis. Necrophilis! Wir müssen Kaiser erschießen. Curry? Das kann ich mir nicht anziehen. Ich habe den Melon Launcher. Da ist noch ein Schuss drin. Ja, das ist schön. Dann gib mir den mal her. Daraus einfach ultra-supportisch. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass es Mel, Akmala oder Streuner ist. Flaschi, lebst du noch? Eigentlich wollte ich Mel rannehmen und dann habe ich... Flaschi tot. Warte mal, warte mal. Stopp! Flaschi... Flaschi tot! Wieso lebt Hina wieder? Jetzt hör doch mal auf, die ganze Zeit hier zu bumsen! Können wir bitte... Aber Hina... Hina hat gelebt! Das machst du mit deiner zweiten Chance! Das machst du mit deiner zweiten Chance! Ich habe sie wiederbelebt, ob sie doch war... Darum weg da! Weg da! Es reicht mir jetzt! Flaschi! 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 Es reicht mir jetzt! Mama! Mann! Flaschi... Flaschi ist in dem Haus drin, in dem großen... Flaschi im Haus, alles klar! Er hat ne Fake... äh... Fake Dings hier gelegt! Nein! Bumms Monster Kaiser, bitte ins Haus und Flaschi wegbumpfen! Flaschi ist es! Ja! Aber wie ist denn Flaschi zurückgekommen? Flaschi war nie tot! Okay, jetzt ist es gut! Krass dich! Flaschi war nie tot? Nein! Hä? Aber nicht doch tot jetzt! Ich glaube, du strebst auf der falschen... Ja! Weil Kaiser Hina wiederbelebt hat! Ach, hör doch auf! Ah, Junge! Der bummst die ganze Zeit Hina weg, Alter! Das kannst du keinem erzählen! Das kannst du keinem erzählen! Ey! Ich dachte, wir streamen auf Twitch und nicht auf anderen... komischen Seiten! Wie mache ich das mit dem Server Switch? Kaiser? Oh, ich hab mir wehgetan! Einfach den Server neu connecten! Wie mache ich das mit dem Server Switch? Aber musst du den Spiel beenden, oder was? Fertig! Das ist natürlich nicht so geil! Ah! Alles daneben geholzt, Alter! Also, du hast mir eigentlich gar nicht so schlecht geguckt! Wir halten fest! Wir halten fest! Flaschi stand die ganze Zeit... Flaschi stand die ganze Zeit mit dem Bruder... Das war letzte Scheiße! Was hast du gemacht? Junge... Ich hab Fake Party gelegt... Welchen Server denn, Kaiser? Ich hoffe für dich, du hast verhütet! Ich hoffe, du hast verhütet! Ich bin doch auch automatisch, Alter! Ja, einfach nochmal neu connecten! Lol, also hätt ich einfach nochmal streamen... Beenden müssen und nochmal neu steigen! Ja, hab ich doch gesagt! Du hast... Das ist ja auch wechseln gemacht! Verbinde! Macht er nicht! Bei mir hat das gemacht, sonst nimm halt Amsterdam oder sowas! Wie Chat einfach... Wie Chat einfach... Wie Chat einfach schreibt... Er macht Heiter weiter! Na... Ja, was soll ich denn machen? Hey, ich spiel halt die Runde zu Ende! Was sollen die? Nein, das meine ich nicht! Sondern das Kaiser-Ding! Stimmt! Ja, das ist... Das Kaiser-Ding! Ja! Das ist... Mann, ey! EU, EU, EU! Ja, das hat er gemacht! EU, EU, EU! EU, EU! EU, EU! EU, EU, EU! EU, 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 EU! EU, 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 EU! Leute, wenn ihr wirklich denkt, ne? Dass ich die ganze Zeit nicht checke, dass der Stream offline ist... Dann Prost Mahlzeit! Ich bitte euch! Ich bin zwar ein Kevin, aber so ein Kevin bin ich dann auch wieder nicht! Ich wollte die Runde zu Ende spielen, Mann! Ich konnte doch woanders weiter gucken, Chat! Herzlich willkommen zurück! Ich hoffe, euch geht's gut! Ich hoffe, ihr habt keine Panik bekommen! Wir wurden nicht gebannt, wir leben noch! Ihr habt die ultimative Bumserei... Wir waren so einsam! Ja, ja, ich war auch einsam! Aber ich... Ich hab mich kurz abgelenkt! Dann ging das, weißt du? Deswegen, alles gut! Alles gut, Chat! Alles gut! Kein hier Profi-Influencer! Cringe! Du bist nur Profi-Mod! Du kanntest nicht mal Buba! Oh mein Gott! Ja, weil es ist unkreativ! Das ist eine 3, die einfach auf dem Boot liegt! Wen haben wir denn heute als Detective hier? Ja, Mel! Super! Klasse! Oh, ich hab ein bisschen sehr gelacht! Ja, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Detective aller Zeiten! Aber... Nein, du bist wirklich geil! Das darfst du doch so nicht sagen! Du musst dir mal ein bisschen Mut zusprechen, Mensch, Mel! Vor allem, Jina, hattest du noch ein Revive-Pack? Mel ist super gut! Ich hatte es nicht! Ich glaub... Ich weiß nicht, wie wurde ich denn... Nein, Kaiser, das... Hä? Warte mal, boah, hattest du das wie Defibrillator hier? Weiß ich nicht, aber ich hab Jina viermal wiederbelebt und immer wieder geschlossen! Das war einfach super buggy! Also, tu mir leid, aber wenn du es nötig hast, dann such dir irgendwas anderes! Vor allem auch viermal dieselbe Person, Kaiser! Ja, hallo! Junge, Junge, Junge! Vor allem... Dann war es was Persönliches! Es war was Persönliches! Irgendwas über 68, meinst du? Was?! Was?! Sag mal, was?! Mein Arsch! Dank! Ja! Äh... Ich will das nicht hören, ich will das nicht hören, Alter! Du hast damit angefangen! Du hast mit den anderen Dingen jetzt angefangen! Ja, aber du hast das ähm... Das ausgeprägteste hast du angefangen, Kaiser! Nina Wild! Wir gehen mal wild, Junge! Oh, ich kann nicht mehr! Das sieht ja auch noch irgendwas, ist jetzt schon wieder mal tot, hallo? Nö, die wollen über ihn nochmal sprechen! Ist ja voll anweilig, man kann mal einen umfallen oder so? Ja, Flashy, komm! Wo bist du? Flashy, geh mal in das Traitor-Haus rein, dann müsst ihr gleich vergasen! Da sollst, glaub ich, ganz schön drin sein! Nein, geh da nicht rein! Stopp! Du gehst da nicht rein! Hör auf! Flashy? Lass die Traitor aktiv werden! Bist du ein bisschen Traitor? Du gehst mir ja den Finger umruhen! Nee, du! Umruhen! Nee, du! Warum darf ich da nicht rein gehen, Curry? Oh, Kaiser! Kaiser! Ja? Komm mal zurück, da, wo du grad warst! Nö! Kaiser, komm zurück, wo du grad gewesen bist, bitte! Da oben! Da oben! Schieß mit der Pistole! Scheiße! Danke, Kaiser! Vielen Dank! Hina, Lisa! Junge, alle auf dem Dach grad, das macht mich ein bisschen nervös, ne? Mel, pass auf, Kaiser ist hinter dir! Das checkst du grad, oder nicht? Ja! Schweiner? Ey, doch! Ich stehe vieler Zeit hinter dir! Au! Tina, schieß nicht auf Mel! Ich hab nichts geschossen! Ich bin Mels Mensch! Warte, ihr müsst die Augen und Ohren offen halten, Alter! Denkt dran! Das ist, ne? Du bist Mels Mensch! Ihr macht die ganze Zeit hier Smalltalk! Das ist einfach scheiße! Mel! Könntest du Flasi verbieten zu springen, damit man ihn auch treffen kann? Ich hast das Smalltalk auch! Kannst du bitte einmal auf den Boden schießen? Ey, Flasi! Danke! Flasi, komm mal mit! Warum bist du da oben? Ich weiß, dass ich sterben werde! Weil ich Bock drauf hab! Soll ich ihn abschießen, Mel? Nee! Der Kaiser würde ich abschießen, da hab ich Schussfreigabe! Ich bin Ausführerin mit Kraft für Mel! Do it! Mit eurer Schussfreigabe, Alter! Streuna! Do it! Ja? Wo sind sie? Sind sie wieder Rundflugbahnen oder was? Nein! Wo sind sie denn dann? Er ist bei mir! Auf der Plattform bei Mel! Streuna ist bei dir! Okay, Hina! Hina! Ich schieße irgendwer! Okay, Hina und Flasi waren zuletzt zusammen! Hina und Flasi waren zuletzt zusammen! Das ist im Haus, glaube ich, weil hier hinterm Haus sehe ich niemanden! Ich werde ins Haus reingehen! Hina hat auch Do it gesagt! Äh, Mel! Ne, Streuna ist die Falle, ne? Ja, ich weiß! Hina hat Do it gesagt! Dann ist Hina böse! Bin drin! Ich bin drin! Hina, bist du noch am Leben? Okay, Hina ist vogelfrei, wenn wir sie sehen! Pass auf, die sind beide! Oh, okay! Hey! Curry hat gerade auf mich geschossen! Du kommst hier einfach rein! Hä? Mel, willst du mich grad verarschen? Es wurde gerade gesagt, dass in dem Haus geschossen wurde! Ich gehe hier rein und sneak mich durch! Flaschi! 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 Wir leben doch alle! Hina ist auch hier! Hina ist auch hier! Hina ist auch hier! Wir leben doch alle! Ey! Ihr wollt mich alle verarschen, oder? Ihr wollt mich alle verarschen! Seid ihr alle bescheuert, oder? Was ist denn das für eine Hirnbande, Mann? Junge! Natürlich wird der erschossen! Es ist so lost, Alter! Ist das lost! Ja! Es tut mir leid, das war ein Unfall, Mel! Junge, das ist halt ultra lost! Tut mir leid, Alter! Das ist so dumm! Ist das dumm, Mann! Ähm! Hina und Flaschi sind beide im Haus! Halten beide die Fresse! Natürlich werden die erschossen, wenn man die sieht! Hundert Prozent! Darüber erschießt ihr nicht! Ich schwör dir, ich war's nicht! Was war das überhaupt? Ja, ey! Die waren... Guck mal, die sind zu zweit in das Haus gegangen! Ja, alle standen drumherum, die haben Schlüsse gehört! So, ich geh rein, hab Hina nicht gesehen! Es ist halt so ne dumme Scheiße! Also, sorry Leute, was soll ich damit... Also, was sollen wir damit anfangen? Also, das kannst du keinem erzählen! Was für ne dumme Kacke, Mann! Ich lebe das... Du warst das halt wirklich nicht! Ey, so ne dumme Scheiße! Du warst das halt wirklich nicht! Hä? Wir haben beide noch gelebt! Hä? Niemand hat den erschossen! Die waren einfach beide ruhig! Natürlich werden die weggeballert, Daru! Du musst den wegknallen, Junge! Einfach reingetrollt, Alter! Und damit einfach... Das hat auch noch wirklich was! Ich hab' mehrmals versucht, diese Scheiß... Ordentliche Marker-Dings da zu benutzen! Aber jedes Mal hat's nicht geklammiert! Jetzt erschießt sich einfach so, Hina! Hat sie verdient! Nein! Musst du ja nicht! Ich hab's super verdient! Aber wenn zwei Leute in ein Haus reingehen und da wird geschossen und beide werden gefunden, dann werden die erschossen! Ganz einfach! Jo! Alter, Fäsche! Wirklich? Was denn? Ich spreche die Tür vor der Nase zu! Welches? Äh, Migusta! Fäsche einfach zu sagen, Junge! Como esta? Migusta! Was ist los für ein Spiel? Hey, ich spreche zusammen! Ich bin unfuldig, weil ich schwör's! Also wenn der schon sagt, ich schwöre es, ne? Ja! Ich kann's nicht mehr, Mann! Ich kann's nicht mehr! Es ist Lüftenzeit! Ähm, Entschuldigung! Ich weiß... Das macht mich nervös, Flashy! Man muss lüften! Hina, bist du gerade im Tradershop, oder was? Nein! Ich guck grad was bei... wegen Twitch! I'm sorry! Was ist da drauf? Hina! Jaaa! Nix, ich wollte nur gucken, ob ich die mit XP, ne? Raus damit! Ey, ich möchte nochmal festhalten, dass... Ey! Ich hab mich jetzt angeschossen! Oder war das ein Fass? Ich hab grad auf dich gehauen, weil du im Tradershop warst! Ich war nicht im Tradershop! Aber zur Sicherheit halt einfach nur! Warum ist das hier gut? Es piept! Es piept! Es piept, ja! Warte mal! Wo piept es? Daro, wo piept es? Hier im Haus! Daro! Daro hat wen umgeschossen! Daro hat wen umgeschossen! Na... Hä? Hä? Was ist das jetzt, Alter? Was passiert hier? Zeig doch! Warum hast du Daro jetzt erschossen? Weil die oben doch ne Leiche liegt! Ich identifiziere! Oh lol! Ich hätte fast jetzt... Ähm... Ich hätte jetzt fast Mail gedacht, weil sie so nervös gelacht hat! Aber... Mail ist doch Detective! Aber ich check's nicht... Daro hat... Loll! Er hat selber... Da ist C4, Flashy! Pass auf! Er hat wahrscheinlich selber das C4 gelegt! Und hat's dann gecallt! Da ist piept doch bei dir, oder nicht? Hat Daro gesagt! Sag mal... Du, Alter! Junge, ich hab Daro gefunden, der ist Traitor! Jaaa! Ach hör doch zu! Junge, der ist wohl lost! Flashy, lebst du noch? Ich lebe immer noch! Ja, hier sind... Hier war C4 drin! In dem Haus! Daro hat gesagt, es ist piept! Ja, aber er hat doch jeder vor mir erschossen hier! Och, Junge, du checkst halt auch gar... Ich geh... Es geht doch nicht darum, dass Daro unschuldig ist, Mann! Ich wollt einfach nur dich schützen, dass du nicht von dem C4 hochgejagt wirst! Das war alles! Ja, aber ich wollte... Deswegen hab ich dich gefragt, ob's noch piept, Mann! Mann, ich hab nix piepen gehört, außer dein Rauchmelder! Du kannst ja eigentlich nur Akmala noch sein, ne? Ich kann es nicht mehr! Und was mit Streuner? Streuner, wo bist du? Und Kaiser? Kaiser! Sind die nicht froh? Achso! Streuner lebst du noch? Also bitte! Streuner lebst du noch? Ja, ja, sorry! Gemmuted, sorry! Alles klar, alle Spieler war gar nicht mehr mit! Detektiv, Detektiv! Nee, wegen meinem Husten! Das mache ich öfters tatsächlich! Ja gut, dann ist es doof! Dann bist du entschuldigt! Detektiv, können Sie mich heilen? Ich finde dafür, dass Fläche gerade so ne Scheiße gelabern hat, sollte er nicht geheilt werden! Tut mal leid, ich hab auch nicht auf Currys anwesend gehört! Nein! Ich wollte nur wissen auf Speed, Alter! Und du denkst, ich will dich angreifen! Mann, ich hab kein Tief gehört! Ja, dann sag mir das doch anstatt... Oh, ich hab gerade Dago erschossen! Mehr wollte ich doch gar nicht! Ich bin tot! Ich bin einfach tot! Halten Sie bitte Abstand! Curry? Ja? Ja! Bleib stehen! Was willst du von mir? Lass mir Ruhe! Hin! Lass mich! Hast du ein Kind? Nee, das kann ich... Warte, was für ein Kind? Was für ein Kind, Junge? Wo ist Kaiser denn die ganze Zeit? Ich glaube vielleicht, ich kann kein Kind gehen weiter! Weiß ich nicht! Es tut mir sehr leid! Das war jetzt dumm! Kind! Kind! Was denn? Hä, was ist jetzt passiert? Was hast du mich angeschossen? Was war das? Hä, ich hab gar nichts gemacht! Ich hab nicht geschossen! Willst du mich verarschen? Nein, ich hab Schaden aus nichts bekommen! Ich hab dich gehauen! Mit der Kroba, Junge! Mit der Waalswahl! Mit der Waalswahl! Was sagst du? Light Saber, Junge! Der denkt, ich hab den weggepumst! Scheiße! Flaschi! Ich hab das Gefühl des Akmaler! Ganz, ganz... Flaschi! Ja, rede ruhig mit uns! Alles gut! Nee, ich hab einfach am Gefühl, die rennt hier die ganze Zeit so völlig lost rum! So hab ich gerade gemacht! So hab ich gerade gemacht! Das ist sehr verdächtig! Hast du gesehen, Flaschi? Vielleicht fall ich um, wenn du weitermachst! Flaschi im Twitter-Shop! Mann! Nein, alles gut! Soll ich lost rumstehen? Alles gut! Ich glaub auch, dass es Akmama ist! Wieder ganz einfach! Warte mal! Soll ich sie einfach mal erschießen? Nee, es sei denn, du kannst mich wieder beblieben! Curry? Ja bitte! Ich bin gerade im Helikopter! Alles gut! Flaschi, was machst du? Ich nehm hier die Läuche von da rum, bring sie zum Mail! Hier! Bin nicht mehr im Helikopter! Nicht mehr alles gut! Kann ich jetzt ganz kurz hier AFK stehen, ohne Traitor gecallt zu werden? Oha, ich werde Flaschi abschießen jetzt! Und dann sag ich, ich bin gar nicht Traitor! Hm... Was passiert jetzt hier? Vielleicht belebt Flaschi auch gerade Daro wieder? Nee! Der liegt hier direkt vor Mail! Der ist doch AFK, oder nicht? Okay, nee, der ist mal tot! Weiß ich nicht, alles gut! Flakari, es ist das! Oh mein Gott! Mann! Der sieht alles! Ich kann es! Wir stehen beide hinter dir! Ach, Mann, Alter! Mann, da... Hier piept's! Warum ist... Ich hab Flaschi ein schönes Baby in den Busch ins Gesicht gehauen, der stirbt einfach nicht! Also, das ist ja nicht mehr normal! Ich kann bumsen, wie ich will! Ich komm nicht durch! Hina kam einfach unglücklich! Ich wollte da allein sein! Ja, die ist auch... Ich hab die Treppe hochgefallen und dann gestorben! Ich wollte allein sein! Ja, die Treppe... Ich hab die Treppe hochgefallen, das kann ich! Das war ein Spontantot! Das ist kein Problem da, aber ich hab da schon verstanden! Hier piepst! Oh, Hina! Bababababababababam! Ich hab die Schlüsse daneben gesetzt, einen getroffen und wieder 100 daneben! Genau! Hina? Ja? Wie genau schaffst du das, Treppen hochzufallen? Ähm... Können! Na, für Hina ist es ja keine Treppe, sondern eine Kletterwand, ne? Du und... Musst ja nicht traurig sein! Du kommst doch nicht mal eine Stufe hoch! Ach, Mann, ey! Habt ihr gehört, was Curry gesagt hat? Hina, lass dir das nicht gefallen! Was hat Curry denn gesagt? Weiß ich nicht mehr! Was hab ich gesagt? Irgendwas mit Kletterwand und Hina. Weißt du, er ist reinreizen, aber er weiß es nicht mehr, was ich gesagt habe! Reinreizen! Jetzt geht aber los! Reinreizen, Junge! Warum soll ich mal reinreizen? Nein, darum! Sag's euch, Alter! Wir könnten auch ab... Hör auf mich, geschmissen! Was? Hallo, Hina, Babababab! Kareta! Oh, nicht lachen! Das tut in der Leiste weh! Ja, da machen sich das leid. Ja, kein Wunder, wenn man viermal hintereinander hinterbummt, Junge! Dann tut das in der Leiste weh! Sag mal! Ja! Es piept schon wieder! Es piept! Daro hat sie! Es piepst! Es piepst! Es piepst! Warte mal! Ist Daro jetzt vogelfrei oder nicht? Piepst hier? Piepst hier! Sag mal kurz ruhig! Es piepst! Okay, nee, piep nicht! Ahhhh! Er hat irgendwas auf dir geschickt! Streuner! 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 Streuner hat Waffe gewechselt! Der hat eine Waffe gewechselt! Hat der! Ja! Waffe gewechselt! Jetzt ist es schwierig! Ne! Ist es auch nicht! Ich hab keine Waffe gewechselt! Ich will's wenig jetzt erschießen! Streuner! Der ist der Detective! Kann er mich dann bitte wiederholen? Der ist gut! Oh! Hol mich wieder Junge! Streuner Waffen weg! Das ist... Waffen weg und nehmen das C4 fast! Das ist fair! Hab ich kein Problem mit. Ackmaler Aim! Nein, der Detective ist auch tot! Ich kann es nicht mehr, Chad! Es ist heute kein TTT hier! Ich dachte heute marschieren wir hier rein! Aber nein! Wir marschieren nicht! Wir marschieren nicht! Wir fallen! Wir fallen einfach nur! Geh mal weg Frau Fass! Geh mal weg Frau Fass! Ich hab auch ne echte Pistole! Geh mal weg vom Fass! Und ich habe gleich nachdem Curry geschrien hat, sofort mit der Diggel geschossen! Wer macht mit mir jetzt Flächen und Curry-Costplay? Warum ist der so Trigger-happy zur Zeit auf Michi? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht! Ich hab ne Waffe in der Hand! Ich bin verdächtig! Äh, Sniper! Ey, sorry! Die sind so low heute, ne? Tut mir leid! Alter! Hallo! 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 Ich bin mega heavy! Schreiner, warum hast du schon wieder ne Waffe? Ja, weil ich gesagt habe, jetzt laufe ich auch wieder mit rum! Irgendwo hustet? Ja! Ich hab irgendwo hustet! Können wir bitte mal eben beachten, dass Curry Streuner die ganze Zeit gebrüllt hat und den dann abgeknallt hat? Ja, hab ich auch! Weil er auf mich geschossen hat! Ich wärme ihn natürlich! Hallo, Dings ist krank! Ich huste! Bin ganz krank! Aber geh weg von uns! Geh weg von uns! Aber wenn sie nicht, möcht ich das große Zeh! Hustet du eigentlich? Tina, warst du das? Ich hab grad auch gehustet! Ja, was heißt gerade auch gehustet? Eben gerade! Man kann mit der Waffe doch nur eine Person treffen! Hä? Tina! Okay! Oh Gott! Ich auch! Geh weg! Was ist dieses Hust? Aber auch nur einmal! Äh, jetzt hab ich auch gehustet! Was geht denn hier ab? Hört auf zu husten! Ich glaube, ich... Ich glaube, jemand... Oh nein! Ich huste auch jetzt! Äh, äh, äh! Was? Ich jetzt auch! Und so, liebe Kinder, war das damals mit Corona! Boah! Geben Corona! Lass dir das nicht gefallen! Alles klar! Alle totgleich! Corona-Täter! Wo ist denn das Flasie? Da streuen er jetzt... Ich huste auch jetzt mit einer! Wo ist Flasie? Das war auch mal geschossen! Marc Mala hat auf mich geschossen! Ich kann nicht mehr sagen, wo Flasie ist! Lockdown! Lockdown! Ja, ja! Hier! Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier! Wo ist denn hier, Daro? Hinter dem, äh, Ambulanzwagen! Oh Gott! Dieses... Oh, die husten alle rum! Was dauert mit dem Tod? Ja, Hina-Täter halt! Hier, direkt in der Mitte am, am Dücker! Achso! Machste weg! Machste weg, Hina! Was ist denn jetzt alle? Also, wenn... Kaiser sagt, ich denke, wir haben Zeit, während er stirbt, ne? Ist das super... Ich sterbe jetzt sowieso, ne? Hä? Was? Bist du bescheuert? Oh, lol! Oh, lol! Ne, ne, ich hab schon einen Aufverdacht gehabt. Oh mein Gott! Hina! Was macht denn Hina? Warum?! Hina! Wenn ich nicht die ganze Zeit so Kacke lecken würde? Aha! Hallo, könnt ihr die mal... Danke! Harte! Ich sage, wir sterben langsam, damit haben wir Zeit und ich werd erschossen! Ja, weil das nicht zu deinem Geld geht! Und ich bin Trigger-Happy-Streune, oder was?! Nein! Er war schon vorher bei mir verdächtig, weil er nicht gemüstet hatte. Ich hab das Lustens bei ihm nicht gehört, außer bei allen anderen. Oha! Und du hast auf mich geschossen, dann schieß ich zurück! Hä? Du hast doch Trigger-Happy! Ja, was für... Junge, ich hab doch genau sowas beobachtet, wie du gerade was bei Kaiser beobachtet hast! Kannst du ja gar nicht beobachtet haben, was jetzt nicht mal passiert! Ja, aber ich hab doch gedacht, ich hab's gesehen, dann bin ich doch mit Trigger-Happy, Junge! Ja! Aber wieso bin ich jetzt? Aber warum bin ich jetzt Trigger-Happy? Das hab ich doch nur gesagt, weil du's gesagt hast, Junge! Oh mein Gott! Ich hab überhaupt nicht das Trigger-Happy, hab ich erst nach dir in den Mund genommen! Seid doch nicht so! Sag mal, warum seid ihr denn heute so zickig? Du hast... Was ist denn mit euch, Freunde? Du hast gerade gesagt, als du mich erschossen hast, dass ich Trigger-Happy bin! Natürlich! Das war doch nicht so, Alter, du hast Faul! Ich hab's schon ganz traurig! Neee! Ich hab's schon relieve! Nein! Mmm... Sch Pew, viel! Ja-